Ich habe hier in Word zwei Bilder eingefügt und Ziel ist es, hier eine Beschriftung dem Bild zu geben, falls ich später ein Abbildungsverzeichnis am Ende des Dokuments auflisten möchte. Dazu muss die Grafik aktiviert sein. Ich gehe hier auf Verweise, Bildbeschriftung einfügen. Dann kann ich hier sagen, Abbildung 1, Finguine und dann sehe ich hier, entsprechend taucht ein Textfeld auf, das sich automatisch unter dieses Bild schiebt. Und hier sollte man Folgendes machen, wenn ich nämlich dieses Bild vielleicht nochmal verschieben möchte, dann sollte also Bild und Textfeld beieinander bleiben. Ich kann also beide markieren mit der Umschalttaste und dann gehe ich auf die Bildtools und sage Gruppieren. Jetzt habe ich aus diesem Textfeld und aus diesem ursprünglichen Bild ein Element gemacht und kann das natürlich entsprechend verschieben. Bei dem zweiten Bild kann ich das auch so machen. Also Verweise, Bildbeschriftung, hier haben wir eine Wüste und die beiden wieder miteinander verbinden, gruppieren und dann kann ich hier die entsprechend verschieben. Und am Ende des Dokuments kann ich dann also hingehen. Hier brauche ich wieder Verweise und dann sage ich Abbildungsverzeichnis einfügen. Ich kann mir auch noch entsprechende Formen hier auswählen. Klassisch machen wir das mal so. Und dann habe ich hier das Abbildungsverzeichnis.